2. Juni 2019 Sonntag Eine schöne bunte Mischung wird eingesät in Marienfelde Und mit dem Fendt und der Catrus wird vorgearbeitet Und wenn es nicht regnet, dann sieht die Arbeit genau so aus Staub, Staub, Staub Und dann war für uns wieder alles umsonst Und dann war für uns die 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 Vielen Dank.